Herzlich Willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und ich melde mich mal wieder. Relativ überraschend. Es hat ja mittlerweile gewisse Tradition, dass ich behaupte, es gibt jetzt erstmal ein paar Tage keine neue STR-Folge und dann kann man eigentlich damit rechnen, dass ein paar Tage später die neue Folge erscheint. Genauso ist es diesmal auch wieder. Liegt natürlich daran, dass der Pokalabend gestern in Rostock doch etwas anders lief, als wir uns das alle gewünscht hätten. Eins vorneweg, ich habe ja auf Twitter angedeutet, dass ich vielleicht nach Rostock fahren würde, weil ich mich nicht allzu weit von Rostock entfernt aufhalte. Den Plan habe ich dann allerdings verworfen, das lag an Umständen, die ich jetzt hier gar nicht weiter ausführen möchte, aber nur um das hier nochmal klarzustellen. Ja, jetzt zum Spiel in Rostock. Also ganz ehrlich, so haben wir uns das wahrscheinlich alle nicht vorgestellt. Ich habe ja in meiner kleinen Vorbesprechung der Partie schon angedeutet, dass ich die größten Probleme in den ersten Minuten des Spiels erwarte. So war es dann auch. Allerdings muss man sagen, dass nicht unbedingt die Rostocker durch überraschend starke Offensivbemühungen zum Tor gekommen sind, sondern es war dann eher der individuelle Fehler von Holger Badstuber. Sowas kann natürlich mal passieren. Und aus meiner Sicht ist es jetzt auch kein Beinbruch, wenn du dir gegen einen Drittligisten in der achten Spielminute ein Gegentor durch einen individuellen Fehler fängst. Da ist noch genügend Zeit vorhanden, um diesen Fehler wieder auszubügeln und das Ergebnis gerade zu rücken. Aber genau da müssen wir natürlich drüber sprechen. Dem VfB fiel nicht allzu viel ein. Und ich möchte es vielleicht nochmal konkretisieren. Es fehlte auch so ein bisschen das Tempo und ein Plan, wie man gegen einen tiefstehenden Gegner sich Chancen erarbeitet. Ich glaube, der Vertikalpass hat das ganz gut beschrieben. Es erinnerte vieles an das dritte Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea. Sprich Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz. Der Ball wurde immer wieder hin und her geschoben. Aber so wirklich zu klaren Torchancen kam man nicht. Und wenn es ansatzweise welche gab, dann wurden die nicht verwertet. Also insgesamt eher ein enttäuschender Auftritt des VfB Stuttgart. Ich habe mir natürlich auch überlegt, wie ich diese Partie jetzt bespreche. Natürlich, ich bin wütend enttäuscht, wie der VfB aufgetreten ist. Trotzdem bin ich weiterhin der Meinung, dass der VfB sich gut gerüstet hat für die anstehende Bundesliga-Saison. Also ich möchte jetzt nicht die Transfers hinterfragen. Soweit bin ich noch nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht so tun, als wäre das, was in der Vorbereitung gut lief, jetzt schlecht ist. Aber wie gesagt, man muss sich darüber Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn wir nächste Woche gegen Mainz auch auf einen Gegner treffen werden, die sich vielleicht denken, na komm, macht ihr mal das Spiel. Hier, wir geben euch den Ball, ihr könnt hin und her spielen und wir warten auf unsere Counter-Chance. Also ein ähnliches Szenario erwarte ich da schon ein Stück weit in Mainz. Nur mit dem Unterschied, dass sie zum einen in der Defensive noch stärker sein werden als Rostock und auch in der Offensive ein bisschen mehr zu bieten haben. Und das bereitet mir dann doch etwas Kummer, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, ich würde es jetzt mal so machen. Ich werde Spieler für Spieler kurz durchgehen und vielleicht fällt mir dann darüber hinaus noch was ein. Ich versuche es kurz zu machen, denn ich muss ehrlicherweise gestehen, normalerweise darf ich diesen Podcast hier gar nicht aufnehmen. Das mache ich jetzt sozusagen unautorisiert. Die Familie darf davon nichts wissen. Heimlich habe ich mich ja weggeschlichen in ein abgelegenes Zimmer. Über Ron-Robert Zieler braucht man nicht viele Worte verlieren. Bei den beiden Gegentoren konnte er nichts machen. Von daher ist diese Personalie relativ schnell abgehakt. Dann komme ich zu Pablo Maffeo, der den Vorzug vor Andi Beck erhielt. Beck musste sogar zu Hause in Schuttgart bleiben, wurde nicht für den Kader nominiert. Da war ich dann schon etwas überrascht. Kann natürlich noch mit seiner Kreuzbandverletzung zusammenhängen. Vielleicht gibt es auch ein anderes Wehwehchen. Und Korkut hat sich gedacht, komm, dann lasse ich den lieber zu Hause. Für die nächsten Spiele ist er wichtiger als für so ein DFB-Pokalspiel. Kann ich nachvollziehen. Was ich von Pablo Maffeo ein Stück weit vermisst habe, ist sein Offensivdrang, den er sonst immer gerne in der spanischen Liga gezeigt hat. Also ich habe mir natürlich in den letzten Wochen immer mal wieder ein paar Videos von ihm angeguckt. Ich konnte auch zwei komplette Spiele von Pablo Maffeo sehen. Und muss sagen, das hat mir eigentlich immer bei ihm am besten gefallen. Wenn er nach vorne gegangen ist, versucht hat, auch 1-zu-1-Situationen für sich zu entscheiden, gute Flanken zu schlagen. Das war gegen Rostock eigentlich überhaupt nicht der Fall. Hinten brannte nicht viel an. Allerdings wurde er defensiv auch gar nicht so sehr gefordert. Dementsprechend hätte ich mir halt mehr Offensivdrang erwünscht von ihm. Man kann im Endeffekt sagen, das hätte Andreas Beck genauso gut hinbekommen. Und die Frage ist natürlich hier, ob Taifun Korkut da auch ein Stück weit Maffeo an eine taktische Leine nimmt. Dass er sagt, nee, du musst hinten absichern, weil auf deiner Seite noch Daniel Didavi agiert. Und der wird nicht allzu viel nach hinten tun. Weiß ich nicht. Aber so wirkte es zumindest auf mich, dass Maffeo so ein Stück weit von Korkut zurückgefiffen wurde. und deswegen nicht ganz so offensiv agierte. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Umgang ist mit dem Spieler. Allerdings bin ich natürlich auch kein Cheftrainer. Aber trotzdem, du holst ja so einen Spieler, der eben nach vorne hin Wucht entfalten kann. Und ja, wenn nicht gegen den unterklassigen Gegner, gegen wen denn dann? Also von daher würde ich jetzt gerne wissen, was da die taktische Vorgabe war. Oder ob das einfach nur ein schlechter Tag von Pablo Maffeo war. Hier ist definitiv noch eine Steigerung nötig. Timo Baumgartl und Holger Badstuber haben, wie erwartet, das Innenverteidiger-Duo gegeben. Und ja, Baumgartl hat das sehr, sehr gut gemacht. Es würde mich wundern, wenn er sich um seinen Stammplatz Sorgen machen müsste. Das war sehr, sehr solide, sehr abgeklärt. Hat mir richtig gut gefallen. Bei Holger Badstuber, ja, da gab es halt eben diesen individuellen Fehler vor dem 1 zu 0. Und auch beim 2 zu 0 sah jetzt nicht allzu gut aus. Das war also kein guter Tag von Holger Badstuber. Müssen wir überhaupt nicht wegdiskutieren. Allerdings, was man besprechen muss, ist natürlich der Fakt, dass Holger Badstuber nicht der schnellste ist. Und gerade, wenn du auf Spieler oder wenn du auf Mannschaften triffst, die wie Rostock versuchen, mit Konter dich in Gefahr zu bringen, wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, einen schnellen Innenverteidiger hinten drin zu haben. Wobei man hier nochmal ganz klarstellen muss, das Gegentor hatte jetzt weniger mit Badstubers fehlender Geschwindigkeit zu tun, sondern es war halt einfach ein dummer Fehler. Aber ich möchte gleich dazu sagen, Holger Badstuber ist trotzdem für mich ein hervorragender Innenverteidiger. Ich bin eigentlich schon froh, dass wir ihn haben. Ich hoffe, dass er gesund bleibt. Und ich habe es ja schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt, er ist ganz wichtig, auch in schwierigen Momenten für die Mannschaft, weil er sie antreiben kann, motivieren kann und einfach eine gewisse Mentalität auf dem Platz vorlebt. Und das fehlte dem VfB hier und da in den letzten Jahren. Und gut, jetzt war es halt genau dieser Spieler mit diesen Eigenschaften, die ihn sonst auszeichnen, die gestern gefehlt haben. Ist halt mal so, muss man letzten Endes sagen. Aus meiner Sicht kann es halt auch nicht sein, dass wenn ein Innenverteidiger mal einen schlechten Tag hat, dass man trotzdem das nicht irgendwie kompensiert bekommt gegen den Drittligisten. Und dann mit 2 zu 0 verliert. Das erklärt für mich nicht den kompletten Auftritt. Klar, Punkt für Punkt fügt sich das Puzzle zusammen. Und auf einmal erkennt man, dass keiner so wirklich eine Normalform hatte beim gestrigen Spiel. Nichtsdestotrotz gibt es genügend andere Spieler, die dann das Heft des Handelns in die Hand nehmen müssen und vielleicht auch mal Holger Badstuber aus einer schwierigen Situation raushelfen. Weil Badstuber hat gerade in den ersten Minuten wirklich Probleme gehabt. Also das hat mich schon ein Stück weit verwundert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war das ja auch etwas, was wir in den Testspielen immer wieder beobachtet haben, dass die ersten Minuten für den VfB sehr, sehr schwierig sind. Warum auch immer, gerade defensiv agieren sie da häufig sehr unkonzentriert. Ich konnte mir das in den Vorbereitungsspielen durch so eine gewisse Lockerheit noch erklären. Aber jetzt in einem DFB-Pokalspiel, wo es halt um viel geht, kann ich mir das mit Lockerheit nicht mehr erklären. Da ist es dann vielleicht dann doch die Qualität, die ein Stück weit fehlt. Die Frage muss man ja letzten Endes stellen. Das Gute ist, dass wir in der Innenverteidigung trotzdem, glaube ich, keine Probleme haben werden. Du hast mit Pavard einen Spieler, der wahrscheinlich nächste Woche zurückkommen wird. Aus meiner Sicht muss er Badstuber ersetzen. Also es sollte schon das Leistungsprinzip gelten. Und dann war halt Badstuber der deutlich schwächere Innenverteidiger in diesem Spiel. Baumgartl hat die komplette Vorbereitung bestritten. Also aus meiner Sicht muss Badstuber auf die Bank und dann Benjamin Power wieder in die Innenverteidigung. Emiliano Nsua, auch hier war ich sehr enttäuscht. Du hast einen Spieler, der eigentlich gute Flanken schlagen kann, der einen gewissen Offensivdrang hat. Auch da fehlte mir einfach die Präzision in den Aktionen. Da war viel Alibi mit dabei. Weil auch er als erfahrener Spieler sollte da vielleicht mal ein Zeichen setzen. Vielleicht sollte er dann auch einmal versuchen, das Spiel besser zu, man nennt es, glaube ich, in der heutigen Fußballsprache, zu temperieren. Also es fehlte mir dann manchmal der Moment, wo man sich kurz überlegt, wie will ich jetzt hier gerade den Gegner eigentlich schlagen. Es war so ein Anrennen manchmal. Also da hat man einfach versucht, schnell Meter zu machen. Und dann fiel einem nicht mehr so richtig ein, wo man jetzt eigentlich hinspielen soll. Flanken, das funktionierte nur bedingt. Das lief im Endeffekt so, wie ich das schon in der letzten Ausgabe mir gedacht habe. Man wird sich darauf einstellen, dass Gomez vorne drin steht. Und ja, eben Außenverteidiger bzw. die Mittelfeldspieler versuchen, Flanken auf Gomez zu schlagen. Das hat Rostock relativ leicht weg verteidigt. Ich muss dazu auch sagen, das ist ja natürlich auch leicht. Also aus meiner Sicht kannst du so Flanken am einfachsten verteidigen. Schwierig wird es bei 1-zu-1-Situationen und mit Geschwindigkeit gegen Drittligisten. Und das fehlte für mich. Das war für mich eigentlich der Hauptgrund, warum es gegen Rostock nicht gereicht hat. Dass die Spieler zu wenig Speed, zu wenig Geschwindigkeit entwickelt haben. Und auch nie wirklich mal gedankenschneller als der Gegner agiert haben. Im Endeffekt wusste man schon immer relativ genau, was der VfB jetzt vorhat. Und wenn wir das am Fernseher so verfolgen konnten, dann gehe ich mal davon aus, dass ein Profi auf dem Platz das noch besser aufsaugt, versteht und sich darauf einstellen kann. Und dann fehlten vielleicht auch Spieler, die durch Einzelaktionen nochmal irgendwas reißen können. Dennis Aogo hat das ja ein paar Mal probiert. Hat einen schönen Distanzschuss in der ersten Halbzeit rausgehauen. Es gab auch noch einen schönen Freistoß von Dennis Aogo, der leider nicht ins Tor ging. Aber er war derjenige, der noch am ehesten verstanden hat, okay, wir kommen hier nicht weiter, indem wir immer versuchen, irgendwelche halbherzigen Flanken zu schlagen. Nee, wir müssen hier auch mal was aus der Distanz probieren. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Überhaupt war ich mit Aogos Leistung zufrieden. Das können wir ja gleich mal überleiten zum Mittelfeld. Also das war für mich einer der Spieler, die mir fast schon noch Mut gemacht haben. Das war keine wahnsinnig gute Leistung. Also keiner der Spieler hat mich jetzt völlig überzeugt, aber insgesamt war ich ganz zufrieden mit dem, was Aogo gezeigt hat. Mich hat auch gewundert, dass Aogo die meisten Standards getreten hat oder ich weiß gar nicht, ob es die meisten waren, aber die gefährlichen, so muss man es sagen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Daniel Didavi das übernehmen wird. Aber nein, Castro hat Ecken geschossen, Aogo Freistöße, Didavi hat sich da eher zurückgehalten. Aogo übernimmt da auch eine gewisse Führungsrolle, das kann man, denke ich mal, schon so sagen und hat sich ganz ordentlich präsentiert im Spiel. Castro war für mich der beste Stuttgarter. Ich gehe jetzt nicht so weit wie die Stuttgarter Nachrichten und würde ihm hier die Schulnote 2 geben. Dafür reicht es für mich nicht, aber Castro hat letzten Endes schon das gezeigt, was ihn auszeichnen wird. Und das ist Ballsicherheit, ein gutes Auge und eigentlich auch die Möglichkeiten, gute, gefährliche Bälle in die Spitzen zu spielen. Also da ist er einfach ein sehr, sehr guter und wichtiger Spieler für uns für die kommende Saison. Da beißt die Maus keinen Faden ab, auch wenn das jetzt hier gegen Rostock nicht funktioniert hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass das im Laufe der Saison sehr, sehr gut funktionieren wird mit Gonzalo Castro. Da habe ich wenig zu kritisieren. Daniel Didavi habe ich kurz schon angesprochen. Auch hier bin ich nicht total enttäuscht von ihm. Er hat schon versucht, irgendwas zu machen und er war auch stetig bemüht, irgendwie das Tempo hochzuhalten. Das spreche ich ihm nicht ab. Aber was ich bei Didavi bemängeln möchte, ist, es wirkte dann und wann wieder so, dass er eben doch nicht in der Lage ist, in solchen Situationen, wo du eigentlich auf so Spieler wie Daniel Didavi angewiesen bist, die mit Einzelaktionen Gefahr kreieren, die entscheidende Pässe spielen können oder halt einfach dann das Tor mal machen. Ja, da konnte er sich halt wieder nicht so richtig in Szene setzen. Das ist ja genau das, was ich kritisiert habe in der Abstiegssaison, dass wenn du so einen unglaublich guten Fußballer in deinen Reihen hast, dann muss das derjenige sein, der hier die Zeichen setzt in der Offensive. Von ihm muss die Gefahr ausgehen. Die Rostocker Abwehrreihe muss sich in die Hosen scheißen, wenn Didavi 20 Meter vorm Tor den Ball bekommt. Das muss einfach für Rostock ein Warnsignal sein. Und so öffnen sich dann aus meiner Sicht auch Räume. Ja, da rücken dann Abwehrspieler raus, wollen Didavi den Ball schnell abnehmen oder wollen verhindern, dass er zum Schuss kommt. Zack, hast du vielleicht einen Gonzalez mit etwas mehr Platz, der dann wiederum mit Technik, mit Geschwindigkeit Chancen erarbeiten kann, beziehungsweise ein Tor machen kann. Und das fehlte mir so ein bisschen von Didavi. Und dafür haben wir den eigentlich auch verpflichtet. Das ist zumindest meine Meinung. Also ich bin der Überzeugung, dass genau so ein Spieler, der eben dann auch nochmal gegnerische Defensivakteure binden kann, uns in der letzten Saison gefehlt hat. Jetzt haben wir den mit Didavi, aber er konnte diese Stärke überhaupt nicht ausspielen. Überhaupt wirkte es auf mich, dass Didavi, Gonzalez und Gomez sich fast schon auf den Füßen standen. Vielleicht sehe ich das jetzt auch zu kritisch, aber es sah manchmal so aus, als ob die wie hintereinander gereiht, einfach vor dem gegnerischen Tor sich tummeln und gar nicht versucht haben, auch Räume zu schaffen. Es sah irgendwie danach aus, als ob alle drei darauf gehofft haben, dass der Ball ihnen vor die Füße fällt, also die drei Offensivakteure, Gomez, Gonzalez, Didavi, und dass sie dann das Tor machen können. Und ja, so einfach macht es dir auch ein Drittligist nicht. Insgesamt die Leistung von Didavi schwach, gar keine Frage, aber er war jetzt kein Totalausfall. Ich erwarte aber weiterhin von ihm, dass er hier Zeichen setzt, als wirklich herausragender Spieler. Da muss mehr kommen. Das war genau der Kritikpunkt, den ich in der Abstiegssaison hatte. Da wiederhole ich mich jetzt. Eric Thommy, um den tut es mir fast schon leid, ist für mich bislang der Mann 2018 beim VfB Stuttgart, hat eigentlich nie schwache Spiele gezeigt. Jetzt haben wir eins von ihm erlebt. Da ging gar nichts, muss man einfach so sagen. Also es fehlte all das, was Eric Thommy in den vorherigen Spielen ausgezeichnet hat. Es kamen keine guten Flanken, es fehlten die Standards, die ihn sonst ausgezeichnet haben. Es fehlten dann auch mal so Aktionen, die er in der Rückrunde häufig gezeigt hat. Er hat den Ball, zieht so nach innen, so ein Stück weit nach innen, so muss ich sagen, und spielt dann einen anderen Spieler an, natürlich dann am besten Gommes oder versucht selber einen Abschluss. Das fehlte mir alles hier so ein bisschen. Ich weiß nicht, was mit ihm los war, aber er wirkte wie ausgenockt irgendwie. Also wirklich, war nicht wiederzuerkennen. Als er ausgewechselt wurde, war das für mich fast schon ein Schock, weil mir dann bewusst wurde auf einmal, dass er tatsächlich gespielt hat. Er ist mir davor halt überhaupt nie aufgefallen. Und auf einmal wird er ausgewechselt und ich denke so, scheiße, der war ja auch auf dem Platz. Wie kann das sein, dass wir von ihm gar nichts gesehen haben? Also auch da möchte ich jetzt hier Eric Thommy nicht in die Tonne kloppen deswegen, weil er jetzt mal ein schlechtes Spiel gezeigt hat. Aber ihr merkt es schon, Spieler für Spieler findet man Punkte, die dann letzten Endes so eine Niederlage erklären. Und es ist dann halt auch wieder ähnlich wie bei die Davi. Thommy ist ein Spieler, der mit Einzelaktionen für Gefahr sorgen kann, der Abwehrspieler auf sich ziehen kann und somit Räume kreieren kann für seine Mitspieler. All das fehlte. Wir haben das jetzt bei die Davi besprochen, wir haben das bei Thommy besprochen. Und dann ist es halt eben so, dass ein Gonzalez und ein Gomez da relativ hoffnungslos im Rostocker Strafraum rumirren. Und dann sind wir schon bei den beiden. Gonzalez war bemüht, allerdings konnte er sich da auch nicht zwingend durchsetzen. Ist auch schwierig. Sie spielen hier gegen sehr ambitionierte Innenverteidiger, die ein Zeichen setzen wollen, die mit dieser Führung im Rücken natürlich was zu verteidigen haben. Also die können an ihre Chance glauben, weil sie natürlich die ganze Zeit in Führung lagen und gesehen haben, dass sie das, was vom VfB geboten wird, ganz gut wegverteidigen können. Und das macht es vielleicht dann auch für so einen jungen Stürmer wie Gonzalez nicht allzu leicht, sich hier mit guten Aktionen in Szene zu setzen. Er hatte einen Kopfball, den er vielleicht machen muss, den er so am linken Pfosten was glaube ich vorbeigesetzt hat oder am rechten Pfosten, ist ja auch egal. Letzten Endes ging das Ding nicht rein. Ihm mache ich ja auch keinen Vorwurf. Ich fand es gut, dass Korkut ihm die Möglichkeit gegeben hat zu spielen. Und er hat jetzt nicht groß abliefern können, keine Frage. Ich bin aber weiterhin davon überzeugt, dass Gonzalez uns auf lange Sicht viel, viel Spaß bereiten wird. Mario Gomez, ja, das sind die typischen Gomez-Spiele. Wenn er nicht trifft, ist er einfach kaum präsent. Das kann man bei ihm letzten Endes fast schon nicht mehr kritisieren, weil das weiß man. Wenn man Gomez verpflichtet, wenn Gomez spielt, weiß man, das ist ein Knipser, der 85 Minuten untertauchen kann und dann in der 86. und in der 88. Minute die Tore macht. Das ist einfach Mario Gomez. Man muss aber, ich habe das glaube ich vorhin schon gesagt, Entschuldigung, ich rede hier ohne Skript. Das kann schon mal sein, dass man da Dinge jetzt doppelt und dreifach sagt, aber ich muss es jetzt einfach nochmal loswerden. Es ist trotzdem einfach ein Problem, wenn du vorne mit Gomez einen Spieler hast, der dann doch verhältnismäßig gut ausrechenbar ist. Das heißt, du solltest versuchen, Flanken entweder zu verhindern oder Gomez relativ gut zuzustellen, sodass er nicht seine Kopfballstärke ausspielen kann. Und da muss sich Mario Gomez vielleicht dann auch in seinem Spiel etwas umstellen, weil er aus meiner Sicht auch die Möglichkeit hat, am Boden sich durchzusetzen gegen gute Innenverteidiger. Das ist ja kein schlechter Fußballer. Es ist jetzt nicht so, dass das einfach nur so eine Art Carsten Bäron, hieß der überhaupt so, Carsten Bäron ist, der nur durch Kopfbälle gefährlich ist. Nee, aber es wirkte jetzt in diesem Spiel so, dass das das einzige Mittel ist, was wir in die Waagschale werfen. Flanken bzw. Standards, die eben nicht gut geschlagen werden, auf Mario Gomez. Und das reicht einfach nicht. In der Bundesliga reicht das schon dreimal nicht. Also da muss sich vielleicht Mario Gomez die Kritik gefallen lassen, dass er sich in seinem Spiel noch etwas umstellen muss, variabler werden muss. Ich möchte einfach sehen, dass die Mannschaft darauf reagiert, wenn man mit seinen bisher eingesetzten Mitteln nicht zum Torerfolg kommt. Dann möchte ich, dass die Mannschaft selber erkennt, wir müssen hier was verändern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Korkut ein so enges Taktikgerüst der Mannschaft vorgibt, dass Gomez und Gonzalez nicht mal vorne ein bisschen variieren können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also insgesamt, wenn ich hier Spieler für Spieler durchgehe, war das eine enttäuschende Leistung. Das Schöne ist, es kann nur besser werden gefühlt. Vielleicht noch ganz kurz was zu den Personalien Pavard und Askar Sieber. Die wurden ja beide nicht berücksichtigt von Taifun Korkut. Ich habe auf Twitter gelesen, dass da einige nicht besonders zufrieden waren mit der Herangehensweise. Ich habe ja schon in der Vorschau gesagt, ich kann es schon nachvollziehen, dass man jetzt hier nicht unbedingt versucht, Benjamin Pavard auf Teufel komm raus gegen den Drittligisten einzusetzen, mit wenigen Tagen Vorbereitungszeit. Also da ist einfach die Gefahr groß, dass man sich verletzt. Und ich verstehe, dass man so einen Spieler dann erstmal draußen lässt. Und ich glaube auch nicht, dass Pavard jetzt unbedingt spielentscheidend gewesen wäre. Natürlich werden jetzt viele sagen, ja, Pavard hätte so einen Fehler wie Badstuber wahrscheinlich nicht gemacht, gebe ich euch recht. Allerdings war es jetzt auch nicht unbedingt vorhersehbar, dass Badstuber so einen Fehler macht. Und ich verstehe, dass ein Trainer mit Hinblick auf eine lange Saison hier kein Risiko eingehen will und Pavard erstmal noch geschont hat. So interpretiere ich das. Askar Sieber, auch da muss man sagen, ich glaube nicht, dass das leistungsbedingt ist, dass er draußen saß, sondern auch eher eine Vorsichtsmaßnahme. Er konnte lange nicht mit der Mannschaft mittrainieren. Wir wissen nicht genau, wie die letzten Trainingseinheiten liefen. Gab es da vielleicht hier und da nochmal leichtere Bläsuren? Gab es eine andere Verletzung oder einen Ansatz einer Verletzung, warum man ihn draußen gelassen hat? Wenn Askar Sieber fit ist, ist er für mich gesetzt, gar keine Frage. Dann steht er für mich vor Aogo, Punkt. Aber wenn es Bedenken gab, die mit dem Fitnesszustand von Askar Sieber zu tun haben, dann finde ich auch hier es absolut richtig, den Spieler draußen zu lassen. Da ist mir eine lange Bundesliga-Saison wichtiger als ein DFB-Pokalspiel gegen Rostock, sage ich euch so, wie es ist. Auch wenn ich genauso enttäuscht bin darüber, dass wir in der ersten Runde ausscheiden. Das ist immer eine gute Möglichkeit, zum einen die Fans zu unterhalten, so einen DFB-Pokal. Ich will immer gar nicht davon sprechen, wie toll es wäre, einen DFB-Pokal zu gewinnen oder so. Das sind für mich viel zu viele Spiele und du brauchst auch eine Menge Glück, um dann die richtigen Gegner zum richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und natürlich ist es eine gute Möglichkeit, mit relativ überschaubarem Aufwand ins europäische Geschäft vorzudringen. Gut, das soll es dann mal gewesen sein mit dieser Folge. Ich bin etwas enttäuscht und auch ratlos, verlasse ich euch jetzt wieder. Kündige einfach gar nicht erst an, wann die nächste Folge STR erscheinen wird. Ihr werdet es dann schon sehen. Nicht, dass ich nächste Woche wieder was aufnehme. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas erwähnen möchte. Es gab noch so viele Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind. Vor allem, wenn ich berücksichtige, was ich da noch alles auf Twitter gelesen habe. Da wurde ja schon im Endeffekt Korkut fast schon wieder ans Kreuz genagelt. Und auf der anderen Seite gibt es genügend Leute, die sagen, Mensch, bleib mal auf dem Teppich. Achso, genau, das möchte ich noch anmerken. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, waren die Wortmeldungen von Korkut, Reschke und auch diversen Spielern, die häufig gesagt haben, ja, das war schlecht und wir sahen ja nicht gut aus, aber wir lassen uns jetzt nicht alles zerreden. Wir verfallen jetzt noch nicht in Panik. Eigentlich finde ich diese Reaktion nicht besonders gut, denn auch dieses Geschwätz habe ich vor nicht allzu langer Zeit mal in Russland gehört, nämlich von der deutschen Nationalmannschaft. Da wurde auch immer so getan, als ob man ja die Qualität hätte, alles viel, viel besser zu machen und wollte sozusagen das Publikum besänftigen. Man brauche sich keine Sorgen zu machen, man hat alles im Griff. Ich bin der Meinung, man sollte sich schon Sorgen machen, wenn du gegen einen Drittligisten wirklich kaum klare Torchancen kreieren kannst und wenn du relativ leicht zwei Tore kassierst. Also wenn du da dir dann keine Sorgen machen sollst, wann dann? Und ich finde es auch völlig okay, dass man sich eine Woche vor einem Bundesliga-Start nochmal Sorgen macht. Und ich finde es auch okay, wenn man dann eingeschlagene Wege hinterfragt. Das gehört für mich zum Profifußball dazu, dass wenn Dinge nicht funktionieren, dass man die ganz klar analysiert und das auch in der Öffentlichkeit so bespricht. Das heißt nicht, dass man alles in der Öffentlichkeit kritisiert, was man bislang gemacht hat, aber ich hätte schon damit leben können, möchte ich mal so sagen, wenn sich ein Herr Reschke oder ein Herr Korkut hingestellt hätte und gesagt hätte, das war eine richtige Scheißleistung und wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns maximal zu verbessern. Ansonsten klappt das nicht im Mainz. Punkt. Und da muss man wirklich nicht versuchen, dem Fan-Unmut schon durch irgendwelche Floskeln vorzubeugen. Jetzt hat das Kind reingeguckt. Das heißt für mich, jetzt muss aufgehört werden. Also, vielen Dank fürs Hören und bis demnächst hier bei STR.